33 Meter über Bergisch Gladbach, mit dem Peter von der GSS, stehe ich hier auf dem Steiger. Ich hatte gedacht, ich habe keine Höhenachs mehr, jetzt habe ich sie definitiv nicht mehr. Vielen Dank, Peter, für das Erlebnis. Hi, ich bin der Peter von der GSS. Alex von Reinigungspersonal kommt jetzt. Und wenn ihr auch nach der Suche seid für Glasreiniger, dann meldet euch bei den Alex. Ich kann euch nur empfehlen, wir haben jede Menge Leads generiert. Also Anfragen für Glasreinigung, für Reinigungspersonal. Ich kann den hier, den Alex, nur empfehlen. In diesem Sinne, macht es gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020